Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar soll es uns heute um das Thema Blender gehen. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal so ein kleines Mini-Tutorial gestartet, wie man eventuell die ersten Häuser so bauen kann und habe mir tatsächlich das Video jetzt vor einiger Zeit noch mal angeschaut und fand das einfach nicht richtig, da ich damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufgenommen hatte, ja noch nicht allzu weit war in Thematik Blender. Heute sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus und ich werde immer wieder oft gefragt, Bio kannst du nicht eventuell mal so ein kleines Tutorial machen, wie das Ganze halt funktioniert und was man machen muss und ja, wie funktioniert Blender, muss ich ganz klar hier eine kleine Absage geben. Ich kann es einfach noch nicht so hundertprozentig erklären, weil ich selbst gerade mal zwei, knappe drei Monate aktuell mich mit Blender auseinandersetze, da jetzt meine ersten Objekte halt veröffentlicht habe, die aber bei weitem noch nicht eine Qualität erreichen, wo man sagen kann, ja, das könnte man, weiß ich, in den bestehenden Älern zum Beispiel reinpacken oder sowas, dass man da jetzt irgendwie sagen kann, dass die jetzt schon so hoch modelliert sind, dass da jetzt ein Profi am Werk wäre. Aber man muss ja auch mal immer ein bisschen sagen, ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen und jeder fängt irgendwo mal klein an und deswegen habe ich halt mit meinem kleinen Spielplatz angefangen und das war eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen und damit sollte man tatsächlich auch anfangen mit kleineren Sachen erst mal. Und später kann man sich ja immer weiter hocharbeiten. Heute in diesem Video möchte ich euch die ersten kleinen Grundbegriffe zumindest mal zeigen, was ihr eventuell machen müsst und was man machen kann in Blender, damit das Ganze halt dementsprechend funktioniert. Was ist Blender? Blender ist eine 3D-Modelliersoftware, womit man so erste Objekte, wo man Objekte mit nachbauen kann für virtual, also virtuell, nicht virtual, also virtuell. Das heißt, ihr könnt euch ein x-beliebiges Haus nehmen, wie zum Beispiel jetzt dieses hier, was ich mir jetzt hier genommen habe. Das ist noch nicht Final, das ist auch noch zum Beispiel so ein Stück Arbeit, wo ich hier aktuell dran erhänge. Das soll irgendwann mal so in etwa dieses Gebäude hier darstellen. So, dieses hier. Und wenn wir schon mal so gucken, sind wir doch eigentlich dem Ergebnis schon relativ nah dran. Das Dach ist natürlich noch fail. Der Turm, der muss noch komplett gemacht werden. Und sonst mit den Texturen müssen wir immer noch ein bisschen gucken, dass wir das ein bisschen stimmiger hinbekommen und und und. Ja, also das sind so die ersten Ansätze, die man hier auf jeden Fall in Blender machen kann. Aber ich würde euch jetzt natürlich nicht zeigen, was ich jetzt aktuell für ein Projekt mache, sondern möchte euch natürlich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wie kommen wir zum Beispiel dahin, wo ich heute bin? So sieht euer Blender aus, wenn ihr Blender startet. Ja, für viele ist das absolut unübersichtlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für den ersten, für die erste Anwendung ist es das auch. All meine Logos, Tutorials, also so meine, meine Intros und alles was, wurde alles mit Blender halt komplett gerendert. Also das, das kommt alles auch direkt aus Blender. Auch schon damals vom Microhase TV war das Ganze komplett aus Blender heraus gemacht worden, mit Animationen und alles was. Könnt ihr natürlich hier alles in Blender natürlich machen. Ist aber für diesen Punkt uninteressant. Ihr wollt natürlich als erstes natürlich eure eigenen Objekte halt in Lotus zum Beispiel wieder sehen oder halt in Omsi oder was weiß ich wo. Und da sind natürlich ein paar Grundbegriffe natürlich vonnöten, dass das Ganze halt dementsprechend funktioniert. Wir sehen eine Kamera, wir sehen eine Lampe und wir sehen einen Würfel mit drei Richtungspfeilen. Einmal nach oben, einmal nach rechts und einmal nach zu uns. Also die Z, Y und X Achse. Und als erstes kann man natürlich hier, wenn ihr jetzt hier mit der Maus, könnt ihr natürlich den Mittelpunkt neu auswählen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die X, Y und X Achse drücken, dann passiert das hier, wenn wir mit dem Linksklick draufdrücken. Wir können das in der, ja, in der Z Achse natürlich verschieben. Das gleiche passiert natürlich mit der Y Achse und das funktioniert auch mit der X Achse. Ja, alles natürlich mit rechten Mauszeiger. Wenn wir mit dem linken Mauszeiger, Entschuldigung. Wenn wir die rechten Mauszeiger nehmen, können wir diesen Würfel halt frei bewegen, wo wir den jetzt hin haben möchten. Ja, wenn wir jetzt links klicken würden, würden wir das Ganze jetzt bestätigen. Mit Rechtsklick brechen wir das Ganze halt ab. So, haben wir jetzt schon mal so einen kleinen Grundbegriff. Es gibt so eine kleine Maßeinheit. Wir sehen hier so ein kleines Gitter, was wir hier so haben. Man sagt hier so, so Quadrate sind so zweimal zwei. Also dieser Würfel ist jetzt zweimal zwei. Das heißt, also wir würden jetzt sagen, das sind jetzt hier so zwei Meter. Pi mal Daumen halt geschätzt, weil es gibt halt keine richtige Maßeinheit. Man redet hier immer eigentlich von einer Blendereinheit. Können wir das Ganze jetzt natürlich machen, wie wir jetzt so wollen. Also wir können diesen Würfel so komplett deformieren, dass er überhaupt nichts mehr mit einem Würfel zu tun hat. Ja, und können natürlich aber auch viele weitere interessante Sachen machen mit dem Würfel. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich einfach mal so grob jetzt nimmt, könnten wir jetzt, wenn wir jetzt mal ganz kurz mal hier rumdrücken. Ja, ich erkläre euch das Ganze gleich, wie das Ganze funktioniert. Können wir jetzt hier einfach einen zweiten Würfel draufsetzen und können dieses halt dementsprechend halt, ja, ihr seht schon, ein Dach verpassen. Ja, und dementsprechend können wir natürlich hier das als Dose machen oder wir können das Ganze hier natürlich so rausziehen, dass es halt wie so eine Turmuhr, also wie so eine Spitze, können es natürlich hier auch in diese ganzen Achsen hier halt hin und her verschieben, dass das Ganze halt funktioniert. Also wir können natürlich hier richtig Schindluder mitmachen. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man halt kreativ ist. So, genau. Das ist jetzt aber erstmal für den ersten Moment halt nicht wichtig. Es ist jetzt erstmal nur so wichtig, dass ich jetzt gesagt habe, so okay, das muss man vielleicht mal gezeigt haben. Aber jetzt wollt ihr vielleicht keinen Würfel haben oder wollt ihr jetzt eventuell ja, ein Kreis, so ein Ball zum Beispiel jetzt so euch oder ein Zylinder, ja, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch neue Sachen natürlich hier herzuholen. Da gehen wir jetzt hier auf der linken Seite, sehen wir Tools, Create. Was haben wir hier noch? Relations, Animations, Physik, ja. Und bei Create können wir jetzt hier, wenn wir hier drauf drücken auf dem Button, können wir uns jetzt hier zum Beispiel einen neuen Cube holen. Fertig, ja. Also ihr seht, das funktioniert natürlich. So, und so dementsprechend funktioniert es natürlich auch, wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Zylinder holen. Na, also funktioniert. Wenn ihr das natürlich ein bisschen schneller machen wollt, drückt ihr die Shift-Taste und die A, da eröffnet sich das Add-Menü und da könnt ihr dementsprechend halt auch zum Beispiel einfach mal schnell einen Würfel platzieren. Und das macht sich ganz gut, weil sonst müssen wir halt immer rüber gehen, gerade auf dem 4K-Monitor musst du halt doch ein bisschen weiter die Maus bewegen. Können wir hier einfach dementsprechend halt ein paar Würfel hinsetzen, wie wir das Ganze möchten. Und ihr seht, wir haben jetzt hier ein paar Würfel hier zur Auswahl. Na, also das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also Shift und A, da kommt ihr zu diesem Menü hin und da könnt ihr euch dann diese ganzen Sachen holen. Ja, das sieht jetzt natürlich noch nicht nach einem Objekt aus, was eventuell später mal ein Haus werden könnte. Und da seid ihr natürlich. Das ist eure Sache. Wie viel Fantasie steckt zum Beispiel in euch? Was könnte man so zum Beispiel aus dem Würfel machen? Ich weiß, es gibt verschiedene Varianten. Und der eine arbeitet zum Beispiel mit einer Plane. Ja, das ist zum Beispiel sowas hier. Wenn wir uns jetzt hier eine Plane holen würden, würde der eine zum Beispiel eine Wand komplett so bauen. Ähm, das war falsch. So, wartet. Arbeitet hier wirklich einfach nur mit so einer kleinen Plane hier, ne? Der andere wiederum baut mit einem Würfel, ja? Und der andere baut schon wieder komplett anders, ne? Ähm, ich bin zum Beispiel einer, der baut mit kompletten Objekten. Ich mag das halt mit der Plane halt nicht, ne? Weil ihr auf der einen Seite werdet das später dann zum Beispiel merken, wenn ihr zum Beispiel diese Sachen halt in den Lotus Editor zum Beispiel importiert, werdet ihr mitbekommen, dass auf der einen Seite das Ganze texturiert ist und auf der anderen Seite könnt ihr durchgucken. Das ist natürlich nicht von Vorteil, deswegen müsst ihr hier noch einen Extraschritt machen. Ähm, dann müsst ihr das Ganze komplett einfach spiegeln, ja? Das habt ihr beim Würfel nicht, weil der Würfel ist ja halt ein Würfel, ist ein Objekt, das ist da. Und mit dem Würfel können wir zum Beispiel auch tolle Sachen machen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Würfel anklicken und die Taste N drücken, öffnet sich hier das Transform-Menu. Und da könnt ihr natürlich hier unter Dimensions zum Beispiel auch noch ein paar Sachen einstellen. Oder unter Scale zum Beispiel und hier habt ihr die Rotation, ja, wie wir den Würfel zum Beispiel drehen wollen. Oder hier über die Z-Achse, ne? Also das könnt ihr hier machen. Oder aber ihr drückt die Tastenkombination, die Taste R steht für Rotation, ja? Und dann könnt ihr zum Beispiel, wie ihr unten zum Beispiel seht, in der linken Ecke Z, Y und X drücken. Und in der jeweiligen Richtung, wo ihr jetzt gerade hin wollt, zum Beispiel sagen wir jetzt mal in die Y-Achse, drückt ihr die Y-Achse. Ihr seht, es kommt ein Strich durch den Würfel durch und wir können das Ganze jetzt praktisch um die Y-Achse drehen, ja? Und das Ganze ist natürlich, wenn wir die Taste R wieder drücken für die Rotation und die Taste X drücken, sehen wir, dass wir den Würfel, ne, warte nochmal, R und X, sehen wir, dass wir jetzt hier das Ganze jetzt hier um die andere Achse drehen können. Also um die X-Achse. Und so funktioniert das. Wenn wir das Ganze natürlich jetzt auch ein bisschen skalieren wollen, jetzt uns der Würfel zum Beispiel für eine Tür zum Beispiel zu dick oder so, ja, dann können wir zum Beispiel die Taste S drücken. S steht für Skalieren, also Scale hier im Englischen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hm, okay, dann machen wir mal die X-Achse, seht ihr, dass wir jetzt eine, das Ganze jetzt dementsprechend halt in die Länge ziehen können und natürlich in die, ja, also weiter dünner. Und schon haben wir jetzt hier praktisch so fast ähnlich wie so eine Plane jetzt hier uns praktisch erschaffen. Aber hier ist halt das Schöne, dass wir, wie gesagt, von beiden Seiten. Wir sehen das hier schon im Blender, dass das Ganze hier dementsprechend heute, ja, nicht so gut aussieht, ne? Also hier bei uns unten bei den kleinen Würfeln ist das halt passend. Ja, ähm, sonst für den ersten Schritt halt wichtig, dass wir das Ganze halt, ja, wirklich in allen Varianten, wenn wir ja zum Beispiel jetzt nur S drücken, dann würde uns das Ganze halt komplett einfach so skalieren. Ähm, wenn wir die S-Taste drücken für Skalieren und die Z, ne, dann können wir das natürlich in die Höhe natürlich noch verarbeiten und bearbeiten. Das funktioniert nicht nur mit dem Quadrat, das funktioniert natürlich hier zum Beispiel mit diesen Kollegen hier auch, mit dem Zylinder. Wenn wir jetzt hier die S-Taste drücken, ne, sehen wir zum Beispiel, wir können das kleiner und größer machen, aber wir können das zum Beispiel auch rotieren lassen, wenn wir das Ganze möchten, ne? Dann sehen wir, wir haben das Ganze jetzt dementsprechend rotiert. Äh, am einfachsten tatsächlich zu rotieren ist es, wenn wir hier mit den dementsprechenden Gradzahlen arbeiten, ja? Ja, also hier redet man von 100, äh, von 90, 180, ne? Also das heißt jetzt, wenn wir jetzt das Ding jetzt in die richtige Position gedreht haben wollen, dann, ähm, macht das hier Sinn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen das Ganze um 90 Grad in Heid drehen, ne? Also drücken wir wieder die R und die X-Achse, sagen jetzt zum Beispiel, ähm, er soll jetzt, äh, oder auch nicht, weil er das aktuell gerade nicht macht, wir machen das Ganze nochmal hier auf 0, ähm, R und X und sagen jetzt hier einfach, tippt ihr jetzt auf der NUM-Taste, also auf eure NUM-Pad, ja? Also die, 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 das NUM-Log, also dieses NUM-Pad auf jeden Fall auf eure Tastatur und, äh, macht jetzt einfach 9, 0. Dementsprechend gebt ihr jetzt gerade die Zahl ein, um wie viel Grad er das Ganze drehen will. Ihr könnt das natürlich auch auf 180 machen, ne? Passiert uns natürlich nicht viel, ne? Ähm, können aber auch, wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze in eine andere Richtung einfach minus 90 Grad machen. Und dementsprechend, äh, ja, dreht er das halt in diese dementsprechenden Richtungen. Somit könnt ihr relativ zügig euch diese ganzen Sachen in diese Position drehen, wie ihr das möchtet und müsst halt nicht so rumeiern, wenn ihr das Ganze jetzt dementsprechend jetzt mit der R und der X hast. Und dann müsst ihr ganz genau gucken, ja, ist es jetzt gerade oder so. Das könnt ihr dann dementsprechend einfach machen, wenn ihr dann zum Beispiel die 90 dann drückt, ja? So, genau. Also haben wir das auch, das funktioniert auch, wie gesagt, mit allen Objekten, sei es der Würfel, sei es, äh, der, der, der Zylinder oder halt, ähm, ja, ne? Äh, sonst, äh, haben wir hier eigentlich soweit erstmal nichts, was jetzt erstmal von großer Bedeutung ist. Äh, das mit den Kurven, ja, das solltet ihr euch mal separat nochmal angucken. Das ist ein bisschen tricky, ja, dass ihr zum Beispiel irgendwelche Kurven zum Beispiel reinbekommt, ja? Wie zum Beispiel ich mit meinem Baumschutz, ja, da lasse ich auch ein bisschen dran, ne? Weil das noch ein bisschen mit, mit ein paar Kniffs musst du da rangehen, ist es gar nicht, äh, so einfach. Ja, der Monkey hier, der Affe, den wir hier haben, das ist, ähm, das Maskottchen von Blender halt, ne? Also wer Blender halt so noch nicht wirklich viel mit, äh, angefangen hat, der sollte sich mal die Geschichte durchlesen und da wird auch dieser Affenkopf, äh, vorkommen. Und sonst haben wir hier noch, äh, die Lampen oder sowas. Das könnt ihr eigentlich alles gedroht, eigentlich, sobald ihr ein neues Projekt, zum Beispiel jetzt für Lotus oder, äh, für Omzi startet, eigentlich mal direkt mal löschen. Rechts klickt auf die Lampe, mit der Entferntaste bekommen wir die, äh, äh, oder begeben wir jetzt den Löschbefehl und mit der linken Maustaste löschen wir das Ganze. Und das Ganze funktioniert natürlich dementsprechend auch mit der Kamera. Die Kamera ist für die späteren Animationen zum Beispiel wichtig oder wenn ihr das Ganze zum Beispiel richtig rendert in Blender, ja? Aber dazu muss man halt schon einen sehr starken Rechner haben, wenn ihr das machen wollt. Dann haben wir hier oben noch die Tools, ne, wo wir das gleiche ja nochmal haben mit, äh, Translate, Rotate, Scale, Mirror. Mirror ist, spiegelt das Ganze halt, ne, wir können das Ganze duplizieren, ja, das ist, natürlich können wir das hier über die Taste machen. Können jetzt aber auch den Würfel auswählen, immer mit rechts übrigens auswählen, ja. Drückt jetzt die Taste STRG C, ihr seht jetzt hier oben, jetzt wurde das Ganze kopiert. Und wenn wir jetzt die Taste STRG und V drücken, seht ihr, es wurde jetzt eingefügt. Wenn wir jetzt natürlich den Würfel jetzt noch rausziehen, sehen wir, wir haben das Ganze jetzt einfach kopiert, ohne dass wir jetzt hier einen neuen Würfel erstellt haben. Wenn ihr jetzt an der Sache jetzt so was verändern wollt, müsst ihr erst diesen Würfel auswählen und könnt dann erst dementsprechend erst mit diesen, ähm, ja, mit diesen Scale und Zeugs arbeiten, weil sonst verändert ihr das Original, ne, also das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Smooth ist auch ganz wichtig, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier unseren, ähm, Zylinder jetzt hier sehen, ne. Ihr seht, der ist ja immer so ein bisschen abgeeckten, ne, wenn wir das Ganze jetzt so smoothen, seht ihr jetzt wird das glatt halt. Das sieht aber irgendwie recht komisch aus. Habe ich mich jetzt damit noch nicht wirklich weit auseinandergesetzt, ne, deswegen liegt das bei mir auch alles aktuell auf flat. Man muss das Ganze hier zum Beispiel, man muss das Ganze jetzt, äh, dementsprechend nachher noch über einen Modifier zum Beispiel laufen lassen und alles sowas, ja. So, ähm, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, ja, hier haben wir die Gruppen, das wir dementsprechend hier können wir zum Beispiel, jetzt sind ja die Objekte alle einzeln, ne, das können wir das Ganze zusammenfügen, ähm, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, guckt mal ganz kurz, macht er das jetzt? Genau, wenn wir jetzt, äh, die, die Sachen jetzt zum Beispiel auswählen, ja, also die mehrere Sachen hier, zum Beispiel, ihr seht, äh, der ist jetzt einzeln, und, äh, der ist jetzt einzeln, ne, und, äh, der obere Würfel kommt schon immer permanent mit. Wenn wir jetzt den auswählen und den auswählen, haben wir jetzt diese Beinsach markiert, ich seh das immer an dieser Umrandung, ne. Wenn wir jetzt STRG und J drücken, ja, seht ihr zum Beispiel, das ist jetzt alles ein Körper. Also für nachher, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Häuser baut oder sowas oder einen Zaun oder sowas, könnt ihr somit die ganzen Sachen zusammenfügen, in einem Objekt praktisch zusammenfügen, und dann könnt ihr das Ganze ganz normal verschieben. Ja, das ist vielleicht auch ganz praktisch. Und, ähm, das nächste, was man jetzt so vielleicht mal in Angriff nehmen sollte, wäre jetzt, äh, der Edit-Mode. Aktuell befinden wir uns ja im Objekt-Mode, das seht ihr hier unten an der Leiste, ja, wir sind jetzt hier aktuell im Objekt-Mode. Wenn wir da mal draufdrücken, sehen wir noch den Edit-Mode, den Sculpt-Mode, Vertex-Paint und, 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 also die restlichen anderen Paint-Sachen. Und das sind so diese Sachen, wo ich jetzt so viel drinne bin. Also für mich wichtig, halt Objekt- und Edit-Mode. Und in dem Edit-Mode könnt ihr zum Beispiel das machen, was wir jetzt so vorhin gemacht haben mit dem Dach. Ja, da müsst ihr natürlich in den Edit-Mode. Aber da würde ich sagen, das ist ein spezielles Thema, da sollten wir vielleicht in der nächsten Folge mal drauf reingehen. Sonst haben wir hier noch das Menü, dass wir hier zum Beispiel das Ganze noch texturiert anzeigen lassen können. Da ja natürlich nichts texturiert ist, ja, bringt uns das jetzt relativ wenig. Und die Objekte werden uns dementsprechend weiß angezeigt. Genauso funktioniert es mit Render-It, mit Material, ja. Und wenn ihr wieder zurück wollt, geht ihr einfach in den ganz normalen Solid-Mode. Das sind hier verschiedene Stufen, die wir hier haben. Insgesamt sind es, wartet mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sind zehn, sind 20 Etagen. Müsst ihr euch praktisch vorstellen, in jeder einzelnen Etage könnt ihr ja immer die Sachen bauen, wo ihr das gerade hinhaben wollt. Man kann das Ganze natürlich hier in die Etagen wechseln, indem wir jetzt hier einfach die Tasten drücken, die jetzt hier oben stehen, halt praktisch. Und natürlich einfach mit dem Mauszeiger. Tja, sonst, was haben wir noch? Was können wir jetzt hier noch schnell zeigen? Wichtig ist zum Beispiel, da ist es auch wieder der Edit-Mode. Hier unten haben wir zum Beispiel noch ein zweites Fenster. Wir können übrigens das Ganze hier so anpassen, wie ihr das natürlich haben wollt. Können das hier größer ziehen, kleiner ziehen. Können uns diesen Bildschirm hier unten, können wir wegmachen. Können ihn aber auch jetzt hier zum Beispiel an die Seite machen. Ich habe mir das jetzt mittlerweile so angewünscht, dass das untereinander ist. Ich weiß, viele arbeiten nebeneinander, was vielleicht nicht verkehrt ist. Aber dadurch, dass ich ja dieses Transform-Fenster halt permanent offen habe, um die richtigen Maße zum Beispiel einzustellen, habe ich das permanent offen. Weil ich auch weiß, dass da jetzt gerade zum Beispiel eine Frage kam. Zwei Meter sehen irgendwie komisch aus. Weiß ich, da war jetzt die Frage gewesen, da wollte jetzt jemand zum Beispiel eine Stange machen oder sowas. Müsst ihr natürlich das Ganze erstmal dementsprechend klein machen. So, dass man jetzt so denken würde, okay, das wäre jetzt eine Stange, das ist vielleicht ein bisschen sehr klein. So, und jetzt sehen wir hier, ist jetzt relativ klein und jetzt wollen wir daraus praktisch zwei Meter machen. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt hier einfach zwei Meter eintippt, haben wir jetzt hier unsere zwei Meter Stange. Und das entspricht dann halt auch der zwei Meter Stange, wie zum Beispiel jetzt in Lotus oder sowas. Deswegen, so eine Stange ist eigentlich in der Regel nie zwei Meter. Die sind meistens immer so zweieinhalb bis drei Meter. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, drei Meter, ja, dann sehen wir schon, und das Ganze funktioniert immer wieder. Wenn wir das Ganze ganz kleiner gedreht haben, seht ihr dann, die Stange wird dementsprechend kleiner. Genau, jetzt waren wir aber bei dem Fenster hier unten stehen geblieben, weil wir jetzt ja hier unten noch ein weiteres Fenster haben. Das hier unten ist zum Beispiel der Animationsbildschirm, wo wir jetzt hier zum Beispiel Animationen erstellen können. Ist für Lotus oder Blender, also nicht für Blender, für Lotus oder Omsi, falls ihr nur Objekte bauen wollt. Total uninteressant, wenn ihr nachher aber Intros basteln wollt oder sowas, ist dieses euer wichtiges Fenster. Da braucht ihr aber auch die Kamera und die Lampe dazu. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Hier für uns wichtig ist natürlich das Texturieren. Und da haben wir unten zum Beispiel bei der Uhr, unten links, haben wir ein Auswahlmenü, wo wir zum Beispiel verschiedene Sachen auswählen können. Wir könnten uns jetzt hier zum Beispiel einfach nochmal, einfach, ja, ihr seht schon, einfach eine zweite Kamera nochmal dazu holen, dass wir dementsprechend halt anders arbeiten können. Dann müsst ihr halt nicht immer permanent drehen oder sowas, sondern könnt euch die eine Kamera so drehen und die andere Kamera so. Und dann könnt ihr natürlich dementsprechend von beiden Seiten arbeiten. Aber hier ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel texturieren wollt oder sowas, hier habt ihr den UV-Image-Editor. Wenn ihr den anhabt, seht ihr schon, wir haben das Ganze jetzt gestartet und können jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Sachen halt jetzt schon texturieren, indem wir jetzt hier auf Open gehen und uns dementsprechend halt irgendwelche Bilder reinladen. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel in diesem Falle eine Tür, wenn wir das Ganze jetzt hier dementsprechend halt modellieren wollten. Aber das wird nachher wichtig auch, wenn wir in dem Edit-Mode sind, weil das Ganze natürlich dementsprechend richtig zuweisen müssen, dass das auch richtig gerade sitzt. Aber wie gesagt, auch das würde jetzt das Video einfach sprengen, wenn wir das jetzt hier nochmal reinpacken. Das machen wir also auch im nächsten Video. Und soweit eigentlich erstmal so der Grundriss, um erstmal so das Ganze anzureißen. Ich weiß, ich werde das auch nicht als Tutorial nennen hier oder sowas, weil ich selbst halt noch ein kleiner Anfänger bin, der sich gerade mit Blender damit jetzt wirklich erstmal stark auseinandersetzt halt. Es gibt halt noch tausend verschiedene andere Sachen, die man hier zeigen kann. Ja, auch hier zum Beispiel haben wir hier noch das Material, was wir dementsprechend immer zuweisen müssen. Sollte euch das irgendwann mal fehlen, dann wird euch auf jeden Fall der Lotus Content Manager definitiv eine Fehlermeldung ausspucken, wann ihr das nicht gemacht habt. Also hier seht ihr zum Beispiel auch die ganzen Reiter, welche Sachen hier alle verbaut sind. Und hier zum Beispiel, das ist jetzt der Cube 3. Und hier haben wir dementsprechend halt die ganzen Sachen, die wir jetzt zusammengefügt haben, sind jetzt in einem Körper praktisch jetzt, oder sind jetzt praktisch ein Körper geworden. Ja. So weit, so gut. Wie gesagt, Material könnt ihr hier jetzt dementsprechend auswählen. Na, dann seht ihr jetzt, jetzt würde Lotus damit auf jeden Fall schon mal halbwegs arbeiten können, wenn ihr jetzt dementsprechend das Ganze noch richtig einstellt und dann passt das auch. Das gleiche funktioniert hier mit, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Bild jetzt hier praktisch hier aufladen wollt, einfach, dann braucht ihr natürlich hier hinten das Active Data Display, wo ihr dementsprechend hier das Typ zum Beispiel auswählen könnt, Image or Movie, da könnt ihr das ganz raufpappen. Aber, wie gesagt, vergesst vorher nicht, das Material hier zu aktivieren, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier haben wir Partikel-Effekte, die wir noch hinzufügen können. Hier haben wir noch die Modifier, wo wir zum Beispiel das Ganze nochmal richtig deformieren können. Zum Beispiel kann ich euch mal zeigen, wir wollen das Ganze jetzt einfach mal simple moven, dann können wir das Ganze, ihr seht es hier, ne, dementsprechend halt noch ein bisschen alles, ja, kaputt machen. So, schick, ne. Also, das sind so Sachen, damit muss man sich wirklich mal richtig hinsetzen und richtig auseinandersetzen halt. Aber ich denke mal, für die erste Folge sollte das reichen hier von unserem Blender. Wir werden uns in dem nächsten Mode mal den Edit-Mode mal anschauen und vielleicht das erste Texturieren, müssen wir mal gucken. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass euch das jetzt ein bisschen geholfen hat, für die Leute, die das jetzt wirklich interessiert und die das jetzt mal wissen wollen, wie das Ganze so mit Blender funktioniert. Ich habe jetzt zwar nicht jetzt irgendwo anaktiviert, welche Tasten ihr jetzt dementsprechend drücken müsst, ja. Wichtig hier erstmal in diesem Video war natürlich das Scale-Menü, das Rotatieren, also das Rotatieren schon wieder. Diese Rotations, ja, dass ihr das Ganze habt, dass das Ganze dementsprechend funktioniert. Mit der STRG-Taste plus Z, also wenn wir jetzt die STRG plus Z drücken, können wir das Ganze jeweils immer zurückspulen. Das funktioniert aber nicht bis ins Unendliche, bis zum Nullpunkt, sondern das hört irgendwann auf. Ich glaube, ab 20 Schritte oder sowas, ja, gucke, jetzt geht es nämlich schon nicht mehr weiter. Speichert der, glaube ich, die nächsten 20 Schritte und alles, was danach ist, wird immer automatisch gelöscht halt. Ja, also STRG und die Z-Taste. Ja, soweit, so gut. Ihr könnt mir ja gerne einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, ich möchte das nicht, dass das Ding hier als Tutorial durchgeht, sondern wirklich nur für die Leute, die jetzt schnell lernen wollen, wie man zum Beispiel erste Sachen texturiert, dass das vielleicht hier weiterhilft. Auch möchte ich hier in diesem Video gerne meinen dicken Dank an den BLV hier nochmal raushauen, dass er mich hier so wirklich unterstützt hat, dass er das Ganze hier dementsprechend mir gezeigt hat, damit ich das euch heute zeigen kann hier in diesem Video. Und auch ich lerne heute immer noch dazu, was natürlich richtig ist. Ich habe hier dicke Schinken, Blenderbücher, Blender-Online-Videos und alles sowas, dass ich hier mir auch, ich selbst mir noch alles noch beibringen muss, weil auch BLV weiß natürlich nicht alles und von daher bin ich selbst noch immer so ein bisschen im, ja, Lernmodus. Und deswegen kann ich da halt in dem Punkt nicht ein direktes Tutorial dazu geben, wie irgendwie was so funktioniert. Ich kann euch nur das zeigen, was ich bis heute gelernt habe und wenn ihr das gerne möchtet, zeige ich euch das und dann schauen wir mal weiter, wo diese ganze Reihe mit Blender hängen geht. Ich verabschiede mich hier, sage Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.